Oh yeah. Ja, 6 Traktors wieder online und ich zocke ne Runde War Inc. Ja, hier bin ich auch wieder auf der Bescheidung der Dschungelruinen mit der AKM Elite, mit der Mossberg. Weiß nicht, B99, FN57, VSS-Minen, wenn ich mich da nicht irre, ein Madkit, FAS50-Minen, peinlich, und Granaten. Ja, ich marschiere mal so lang. So ein Kumpel. Und er meldet sich. Ah, toll. Kannst mal abhauen. Danke sehr. Äh, ok. So, und jetzt nehmen wir mal den Feind unter Beschuss. Also sei es gnadenlos draufballern, bis die Munition so richtig glüht. Ähm, ja. Ähm. Ich werde euch mal das erzählen über meinen Unterricht, den ich so, ja, so, so ein bisschen durchlebe. Also, ich bin ja auf einem Gymnasium, ne. Oh, shit. Und, ja. Da sind die Stränge schon ein bisschen kritischer zu einem Schüler. Da ist man nicht mal so, ja, ja, und ich nehme mich nicht mal in die Hand. Nein, da sind die Stränge, da sind die richtig gnadenlos. Und... Bam. Wie peinlich. Yo, Leute. Ich bin's mal wieder, der Extraktor. Ich spiel auf der Map-Jungle-Rien. Mit der Archimelite. Mit der Mosbeck 590. Mit der FN 57. Mit den Vs 50. Und Granaten. Und ich bin hier irgendwie am Abrecken. Oh, yeah. Ja. Das war mal richtig geil. 100 Punkte. 2 zu 3. Prima. Ja, ich glaube, ich nehme mal Aufklärung. Das ist besser. Und... Ich bin immer noch in der Ego-Perspektive, weil es ist einfach noch besser. Und wer hier ist Third-Personal, der kann sich so die Waffe in den Arsch stecken und damit durch die Gegend laufen. Warum ich jetzt so ruhig bin? Ganz einfach. Ich bin ja hier in so einem... Nicht in einem Einfamilienhaus, sondern in einem... einer Mehrfamilienwohnung. Das heißt... Ich bin... Wir sind... Also wir wohnen in der ganz unteren Etage. Dann über uns die Nachbarn. Und dann darüber sind auch noch Leute. Und... Neben... Also hinter mir jetzt... Mein Schreibtisch ist so Rand meiner Schwester. Und hinter mir sind dann nochmal Nachbarn. Also perfekt zum Zocken abends. Wenn man sich richtig aufregt mit Freunden. ein Headset auf hat. Deshalb bin ich jetzt ruhiger und nehme da auf Rücksicht. Sonst könnte ich hier noch bestraft werden. Und... Ja... Alter, was ist das jetzt von Aimbot? Und... Ja... Ich würde jetzt auch nicht so Sprüche rauskloppen wie bei... Hector. Äh... Ganz einfach. Aus dem Grund, weil ich Fenster offen habe. Sehr heißes und... Ähm... Warum habe ich mein... Hey, das zeigt ihm sowas aus. Also ich meine... Gilt nicht meine Habe. Fail. Ja... Die rocken hier erstmal den Server. Und ich bin ja am abkacken. Und alle freuen sich. Lieben sich. Und haben sich auch richtig schön lieb. Ach Quatsch. Wovon rede ich hier eigentlich. Weil lass die Dauer sollte. Und fick durch. Yo. Ha! Ohne Gnade niedergebeugt, Alter. Junge. Such dir ein Hobby. Ha! Mit der Akamite, Alter. Hat der lange Weile der Lutz. Wurde ich hier zum Übernaufen geschossen. Aber jetzt ist mir sowas von egal, Alter. Ich werde mein Ding durchziehen. Und wenn es euch nicht passt, wie ich hier rede. Oder wie ich mich verhalte, Alter. Dann habt ihr Pech gehabt. Auch wenn ihr hier sagt. Ja, du bist scheiße. Ne, ich mach immer weiter. Ich mach immer weiter. Und wenn ihr mich dann auch disliket. Und... Ach kommt. Macht den eigenen Kanal auf. Und... Es gibt einen Kriech, Leute. Es gibt einen richtig Kriech. Aber mir fällt auf, dass ich irgendwie Sonnen mal runterdrehen musste. Musste. Müsste. Ähm. Voll ins Knie. Und wir haben noch 3 Minuten. Und 3 Minuten 30 haben wir schon gesagt. Großen Error. Ich sehe hier niemanden. Verdammt. Ich sehe hier niemanden. Alter. Was? Ey. Was haben die hier gesoffen? Ey. Im Gegnerischen Punkt sieht ja nur die Proz, Alter. Heal die, Junge. Weg damit. Abfallgenerator. Du bist so dran, Junge, Alter. Wie so ein kleines Armes Baby aus Thailand. Ah. Sniper. Yo. Ach. Ist nicht mal Snipe kann ich, Alter. Ich bin so ein... Lutz. Ich sollte mich mal richtig selber auch verhängen. Dafür für diese Schonde. Ich glaube, es ist aber damit... Damit kann ich besser. Hat der eigentlich mehr Skill? Ja, Alter. Es ist so klar, Leute. Ich finde... Die haben noch alle gescheatet. Ganz einfach aus dem Grund... Na gut. Das habe ich auch mal geschafft. Ja, durch den Rauch. Durch... Was ist das eigentlich, Alter? Ey. Mein Team hat gerade 0 Skill. Ich auch nicht. Guckt euch das zum an hier. Aber... 54, 57 sind ja gut. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Aber... Es hat einfach damit was zu tun. Das... Wenn ihr jetzt für ein Level seid... Wieder mal. Richtig geil, Alter. Die kaufen sich alle diese Scheiße auch mit dem richtigen Geld. Dann f*** ich. Dann f*** ich. Ohr. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Alter, ich werde den... Ich werde den Typen so hart rannehmen, Alter. Da wird er nur schreien. Ist das wahr? Alter. Ich werde ihm die RPG-Rakete so in den Arsch stecken. Da wird er nur noch blau sehen. Ich habe den nicht mal getroffen. Wrecke, du Spaß. Ja, ja, ja. Wir haben es gecheckt, ne? Ah, so. Verpitz dich. Julio. Hm. Hm. Jo. Verloren. Wieder mal eine geile Party. Ich glaube, ich werde das Video hier ein bisschen länger machen. Denn... Also nicht vor 6 Minuten. Das ist aber langweilig, ne? Ich glaube, euch hat das Video hier schon aufgeregt. Ich suche mal einen besseren Server. Pff. Und... Aber ich guck mal, was ich auch so machen kann. Ich kann ja nichts machen, denn das ist einfach nur bescheuert, dass man hier einfach keine Gold-Codits kriegt. Und... Da. Seht euch... Seht es euch einfach an. Ich bin... Da. Ich bin Level... F... 40 gekommen. Und bekomme grad mal... Ach, jetzt kriegt man gar nichts mehr. Ach... Gott. Verdammt. Alter. Krieg ich keine Gold-Codits mehr? Was? Was? Ach doch. Ja, toll. Warpoints. Warpoints. Gar nicht. Warpoints. 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 Nix. Warpoints. Waffen. Warpoints. Waffen. 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 Gold-Griddles. Warpoints. Waffen. 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 Boah, Alter, das... Alter, die haben nur Scheiße oder was gemacht. Ne, ich kann... Ich kann niemanden hier mehr loben. Ich weiß nicht, was die für Scheiße hier gemacht haben. Was die sich dabei denken eigentlich. Die verschandeln alles, was an Rohing eigentlich gut war. Denn... Ich hab das noch erlebt, da war Rohing mal geil. Xe Macht genommen. Alter. Ich hab alle über den Haufen geschissen. Und hier... Was soll das denn eigentlich? Wenn sie uns alle Waffen mit den ganzen Nationen machen, sollen mich dann in Ruhe lassen mit den Gold-Griddles hier. Ist eine Schande. Dann wundern sie sich, warum kaum jemand sich diesen Scheiß hier holt. Und dann sollen sie froh sein, dass ich hier wenigstens mal die Videos mache. Das ist unerhört. Ehrlich jetzt. Was? Dankte mir doch mal. Wer angebracht. Aber haben sie ja nicht nötig. Blazer Tactical. Rückschloß 8. Ich nehme mal die Blazer Tactical, oder? Oder die HAP50. Die hat den meisten Rückschloß, glaube ich. Ne, die... Ähm... Oh Gott. Genau gleich wie die... Na egal. Äh... Ich möchte hier nicht über Waffen labern, sondern... Einfach nur gamen. I like Pie. I like American Pie. Und Eis gekühlt haben sie. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunden soll, aber... Irgendwie haben sie doch hingekriegt, dass ich sie nicht mag. Ah, hier. Das ist jetzt viel geiler gemacht hiermit. Jo, die Aufnahme hat gestoppt. Und... Ich mache jetzt auch weiter. Also da... Also... Ja. Also weitermachen. Ach, verdammte Scheiße, Alter. Kann man nicht angehen. Hier wachsen einige über sich hinaus. Das ist... Auswertig. Deshalb sagte ich auch ein. Aha. Alter, was... Was hat der gestoffen? Ich muss nur mal ein bisschen leiser machen. Damit ich ihn nicht allzu laut drehen muss. Und... Ja... Erbige 7 habe ich hier jetzt gerade keinen Bock, weil... Sonst nennt mich ja jeder Genug. Und ich verziehe immer mit der Macht wegerei. Kann ich mich nicht kapieren. Ich bin einfach so blöder. Ich bin einfach zu blöder. Ja. Es wird für ihn zufrieden. Das ist die langweilige Leben. Das ist die Weg der meiner Leben. Boy-an-girls. Girl-an-boy-an-boy-an-boy. Hope you're going to need this. Baaa! Forget the Flute. Alter, ey. Der hätte mich gar nicht sehen dürfen. Das war ein Vieh. Das war ein Viehzeug. Das würde ich mit meinen Schuhen treten und aber zerrecken lassen. Weil jetzt komme ich hier wieder heim. Jetzt ist es lustig. Na klar, Alter. Verpickt mir die ins Knie. Der Ding ist echt cool, ne? Ich werde hier so übern Haufen schlagen. Kannst nicht mal ein A sein. Zum Glück war ich Protected. Naja, das ist eine gute Sache am Protecting. Also, diesen Spawnschutz da. Ah, toll. Was? Oh, Alter. Der hat mir voll zu bescheuert, der Noob. Wobei ich jetzt der Noob bin, aber... Ja, das war nur bescheuert. Auch wenn ich es nicht kann. Ich jagte mich mal nach außen. Oh, Alter. Wer schießt hier auch nicht? Ja, ey. Warum ist der so lange Protected da? Ich kapier's nicht. 4 zu 7? 4 zu 7? 3. 3 zu 8? 5,5! 9,7! 10,7! 8,8! 10,7! 9,7! spielen einfach nur weil sie süchtig sind ich spiele es eigentlich nur wegen euch weil ich so hier heitern möchte obwohl es ganz schön spät ist gerade und ich hoffe jetzt hat euch mit dem tor gefallen ja und buster tech wirken die enden ich könnte auch enden und ja macht doch was ihr wollt drünger mussten muss man ja der tor der macht jetzt auch in der song mit dem wird ich auch nicht labern ja ich weiß nicht er ist nicht so wirklich mein freund er ich kenne davon und ich finde ich können aber ja also ich sag mal so er ist eigentlich nur der bruder meines freundes und ich kenne nur und und heute kommt man habe ich nicht er steht auch gut ich möchte euch hier nicht rum eiern lassen oh gott ich kenne was nicht gucken wenn jemand jetzt 100 jahre lang wartet nur damit er jetzt nicht so runter beginnt das unsinn das hat auch nichts mit sabotage zu tun dass einer bescheuert und behindert wenn sich so ein kack ausgedacht dschungloin hier einfach mal reingehen ich weiß auch wie es wirken lassen und ich bin eigentlich so ein noob ich weiß nicht wo ich mit hektor gespielt habe aber wieder nicht gesehen dass ich eigentlich gut bin aber gerade hier ja vielleicht hatte ich nur glück dass wir mit noobs drin waren keine ahnung hm ich erkämpfe mir auch mal den weg nach vorne und das finde ich auch gerade unwichtig ich bin der schlechteste ich bin der mich auch mal die lüge dann haben wir alle 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 lege dann gehe ich mal oder durch die mitte oder durch die mitte links wo wir automatieren sich ein paar gut und dann haben wir auch ein problem mehr Denn wohin denn jetzt mit der Leiche? Und da ist... Damit... Yo! Alter, das war so ein geiler Schachzug Alter, das war so richtig... Boah Ach, Tore schreibt nicht an Ja! Boah! Nein! Ja, warum hab ich auch ihn? Ja, und so kann's kommen. Na gut, kann... Kann die wegstecken, also ich bin jetzt nicht so... Oh Scheiße! Er ist im WTF-Clan... Ach, egal... Er muss ja nicht im... Ha! Wieder nicht aufgepasst! Ach Gott, ich bin göttlich! Ich bin zu göttlich! Ähm... So... Ach, komm, ich komm wieder von der Mitte... Merkt keiner... Es gab hier mal einen Bug, dass man hier durchspringen konnte... Bei der anderen Seite genauso... Und ich fand das so geil, Alter! Das war so richtig geil! Keiner konnte durchschießen, aber er konnte es durchspringen... Na gut, das war auch nicht gerade lustig, aber... Da... Dahinter auch ein Feind stehen konnte... Und der ist jetzt auch weg... Ach... Bisschen drauf hier gegangen... Fah! Fah! Alter, was war denn mit dem? Ich hab ihn so in die Fresse geschossen... Er würde in alle Teile verspringen... Wie so ein Creeper... Aber ne... Tut er gar nicht... Ist er protected... Ne... In Anführungsstrichen... Also... Pfff... Gott, der Scheiß... So ein Bug... Geparkt... Geparkt... Äh... Ja... Klar... Ich hab mich jetzt gerade entschieden... Nicht mehr da lang zu gehen... Einfach aus dem Grund... Da ich einfach so oft da lang gegangen bin... Also muss man auch mal... Objektiv so ein Zweig denken... Und... Ich... Geh mal... So ändert lang... Das heißt... Da lang... Dumm ist aber... Dass man hier so viel aushält... Aja... Das... Aja... Auch wenn... Keine Chance... Jeder 3... Bin... Drei Schuss... Man ist tot... Nein... Manche haben ja... Heavy Gear... Überlittmann... 500 Schuss... Es ist... Dumm... Es ist... Dumm... Ich konnte hier mit gleichem... Schrecken schlagen... Im Lutz... Boah... Alter... Wie der mich ankotzt gerade... Aber das ist auch ne Taktik hier... Der eine bewacht den... Die... Ihr wisst schon... Den Tunnel da unten... Und der andere ist oben... Also... Einer gibt dem einen... Den... 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 youth... Den... Johl... No... Yo... Ja, die Aufnahme... mal kurz noch gestauft, aber ich... glaube ich beende ist auch, … Es ist jetzt 3-90 jailunde... jetzt könnte ich ja nicht mal knabbers essen ja kd habe ich jetzt nicht geguckt ist auch glaube ich irrelevant könnte ja noch mal nachgucken auch pause drücken bei minute war es nicht xy mal z mit dem tor habe ich gespielt tut mir leid mit dem tor habe ich gespielt auch ganz in ordnung also ja kann man dazu ihm nicht sagen denn er ist einfach nur gut und ja wie gesagt haut rein leute wenn euch meine videos gefallen dann ja könnt ihr das mit gerne sagen wenn sie euch nicht gefallen dann sagt mir warum haut rein habt einen guten tag schlaft schön und dünniert fleißig bis denne ja 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 ja